Auch die Elektrifizierung hat der romantischen Streckenführung entlang des Rheins nichts genommen. Burgen und Schlösser rechts und links des Stromes machen eine Reise mit der Bahn zum Erlebnis. Dazu kommen die verträumten Rheinstädtchen, die dicht am Strom und an der Bahn liegen. Schon 1844 wird die erste Teilstrecke zwischen Köln und Bonn entlang der linken Rheinseite eröffnet. Seit 1859 fahren Züge bis Bingen und weiter nach Mainz. 100 Jahre später wird die linke Rheinstrecke elektrifiziert. Bis heute gehört sie zu den wichtigsten Eisenbahnstrecken der DB. Zwar hat die Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main den ICE genommen, sind doch aber immer noch viele hochwertige Züge unterwegs. 1856 geht das erste Teilstück der rechten Rheinstrecke von Wiesbaden nach Rüdesheim in Betrieb. Durchgehend befahrbar ist sie seit 1871. Von Anfang an wird über die rechte Rheinstrecke überwiegend der Ferngüterverkehr abgewickelt. Die hohe Zugdichte führte zur Elektrifizierung, die 1961 abgeschlossen war. Fernverkehrszüge fahren fast immer linksrheinisch. Die rechte Seite teilen sich der Güterverkehr und die Regionalbahn. So fahren nun schon seit 50 Jahren Züge auch rechtsrheinisch unter Draht. Verändert haben sich in den Jahren die Lokomotiven und das Wagenmaterial. Die unverwechselbare Landschaft ist aber gleich geblieben. Zuerst waren es Einheits-ELOX, Heute sind es meist moderne Drehsturm-Lokomotiven, die den langen Güterzügen vorgespannt sind. Den rechtsrheinischen Regio-Verkehr teilen sich heute Triebwagen und Wendezüge. Die Rheinstrecken werden auch in Zukunft nichts an ihrer Faszination verlieren. Ein Besuch oder eine Fahrt ist immer zu empfehlen.